Für die IF-Anweisung gibt es auch noch eine Erweiterung, nämlich ELS. Zusätzlich zur IF-Anweisung bietet sie eine alternative Handlung, falls die Bedingung mit Nein bzw. False beantwortet wird. Schauen wir uns nochmal die Frage von Max an und erweitern sie um einen Alternativteil. Hier haben wir abgefragt, ob ELS älter ist als Bob. Falls dem so ist, wird ELS Alter als neues Maximalalter definiert und diese Zeile hier in der Konsole ausgegeben. Wir können das jetzt auch gleich einmal probieren und wir werden sehen, es wird nur das Maximalalter von hier unten ausgegeben, weil ELS natürlich jünger ist als Bob. Wir können jetzt hier also einen ELS Block noch hinzufügen und uns zum Beispiel ausgeben lassen, auch wieder in die Konsole, ELS ist nicht älter als Bob. Wenn wir das Programm jetzt ausführen, dann werden wir sehen, hier unten wird das auch gleich ausgegeben. Bis zur ersten geschlossenen, geschwungenen Klammer, also hier, bleibt alles gleich. Wie bei der IF-Anweisung. Der darauf folgende ELS Teil, nämlich hier, stellt den Sonst-Part dar. Auch hier ist ELS wieder ein reserviertes Wort im Processing. Die allgemeine Struktur sieht also so aus. Falls die Bedingung mit TRUE ausgewertet wird, werden nur die Anweisungen im IF-Teil ausgeführt und die des ELS-Teils übersprungen. Falls die Bedingung jedoch mit FALSE ausgewertet wird, überspringt das Programm dem Code im IF-Teil und führt direkt die Anweisungen im ELS-Teil aus. Und nun setzen wir die Theorie wieder in die Praxis um. Bei Pac-Man geht es ja darum, dass der Pac-Man auf seinem Weg durchs Labyrinth nicht von einem Geist berührt werden darf. Wenn dies passiert, dann stirbt er. Wir wollen das hier simulieren, indem unser Pac-Man rot wird. Um das zu erreichen, müssen wir den Code für Blinky und Pac-Man in einer Datei kombinieren. Das habe ich hier bereits gemacht und ein paar Kommentare hinzugefügt, um den Code auch einfacher lesbar zu machen. Damit Pac-Man bei der Berührung mit unserem Geist rot wird, habe ich hier folgende IF-ELS-Anweisung hinzugefügt. Wenn der Mittelpunkt von Pac-Man plus sein Radius größer ist als die linke Seite des Ghosts und wenn der Mittelpunkt von Pac-Man minus seinem Radius kleiner ist als die rechte Seite des Ghosts, dann wissen wir, dass Pac-Man den Ghost berührt. Wenn das so ist, färben wir unseren Pac-Man rot ein. Ansonsten berührt er den Ghost nicht und wird daher gelb eingefärbt. Das passiert da in diesem ELS-Block. Das war eine etwas komplexere Abfrage. Falls Sie sich noch genauer damit beschäftigen wollen, dann drücken Sie jetzt einmal kurz auf Pause und lassen das Ganze einmal auf sich wirken. Sie können sich auch gerne die fertigen Codebeispiele herunterladen, selbst austesten und das Ganze ausprobieren. Man kann IF-Blöcke auch beliebig verschachteln. Wenn wir uns das Beispiel mit Alice und Bob noch einmal ein bisschen verändert anschauen, dann werden wir darauf kommen, dass die Aussage Alice ist jünger als Bob nicht immer stimmt. Es gibt also einen Fall, wo Alice nicht jünger als Bob ist, aber auch nicht älter als Bob. In dem Fall nämlich, dass beide gleich alt sind. Wir benötigen also eine weitere Verzweigung, indem wir hier in den ELS-Block noch einen IF-Block und einen ELS-Block setzen. In dem IF-Block fragen wir einfach ab, ist Alice gleich alt wie Bob? Wir erinnern uns, das Doppelte ist Gleichzeichen. Und in diesem Fall geben wir in die Konsole aus, wieder mit Printline. Alice ist gleich alt wie Bob. Und in dem Fall, dass sie jünger ist, schreiben wir Alice ist jünger hier im ELS-Block. Damit haben wir nun alle drei Möglichkeiten abgetackt. Entweder ist Alice älter als Bob, oder sie ist gleich alt wie Bob, oder sie ist jünger. In der Praxis wird es oft vorkommen, dass man ein Problem auf mehrere Möglichkeiten aufteilen will. In unserem Fall hatten wir drei Möglichkeiten, die Altersrelation zwischen Bob und Alice zu beantworten. Für andere Probleme können es aber vier, fünf oder mehr Möglichkeiten sein. Um in solchen Fällen den Überblick nicht zu verlieren und damit der Code leserlicher wird, werden solche IF-ELS-Anweisungen untereinander geschrieben und die Verschachtelung entfernt. Bei unserem Beispiel haben wir da die drei Möglichkeiten. Alice ist älter als Bob, Alice ist gleich alt wie Bob und Alice ist jünger. Aber hier sehen wir eben diese Verschachtelung, die nicht sehr leicht zu lesen ist. Wir können die aufheben, indem wir einen ELS-IF-Block machen, das zusammenfügen und hier noch ein bisschen die Einrückung, die eine nun freigewordene Klammer entfernen, das ELS noch in dieselbe Zeile, damit das Ganze leserlicher wird und hier eben das Ganze so umformulieren. Semantisch macht diese Variante genau dasselbe wie vorher, nur ist es eben hier jetzt übersichtlicher. Und den Beweis schauen wir jetzt auch noch schnell an, wenn ich jetzt auf RUN drücke, dann wird hier unten Alice ist jünger ausgegeben und noch wieder das Maximalalter. Der Aufbau für mehrere Alternativen sieht im Allgemeinen also wie folgt aus. Wir fangen mit einem IF an und können beliebig viele ELS-IF-Blöcke einfügen. Am Ende kann optional auch noch ein abschließender ELS-Block eingefügt werden. Nachdem Sie nun gelernt haben, wie Sie Entscheidungen in Ihre Programme integrieren können, ist es nun noch Zeit, das Gelernte auch in die Praxis umzusetzen. Viel Spaß und viel Erfolg! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020